Willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 7. Ich hab das Gefühl, unser Kumpel hier folgt mir auf Schritt und Tritt, langsam wird er mir unheimlich. Der kommt immer hinterher. Oh. Und hier bin ich, im Angesicht des Feindes. Wie schlecht die Welt ist, aus der er kommt. Einst war Seamus ein Vertrauter meines Vaters und wie ein Onkel für mich. Nach Maeves Tod hat sich alles verändert. Mit einem Feuereifer, den ihm niemand zutraute, hat er unser Land in Brand gesetzt und mein Volk dem Schwert überantwortet. Manche messen die Stärke eines Imperators an seiner Grausamkeit und der Furcht, die er verbreitet. Jene sind für ihn. Ich sehe nur Stolz und große Ansprüche. Ich werde seine Tochter heiraten und den Vater nennen. Und auf diese Weise werde ich den Feind und alles, wofür er und seine schlechte Welt steht, überwinden. Ehrlich? Es wird Zeit, all das hier zu beenden, Vetter. Dem Sieger die Beute. Ihr bekommt den Thron und die schönste Braut im ganzen Imperium. Herzog Ivan hat schon viele schönere Frauen gesehen, innerhalb und jenseits unserer Grenzen. Diese Heirat ist nötig, ein Heilmittel für unser sterbendes Reich. Ich spiele meine Rolle, wie er. Kein Grund, die Medizin zu versüßen. Ach still, mein Kind. Wenn unser Ivan erfährt, wie widerspenstig du bist und wie viele Jahre Gezänk er mit dir ertragen muss, verweigert er die Heirat am Ende noch. Ich mache hier das gute Geschäft, bin dich los für den dürftigen Preis eines Reiches. Nollwyn, ihr seid in der Tat zu einer wunderschönen Frau gereift. Und ihr habt den Charakter einer Regentin. Ich danke euch, Herzog. Ihr seid der Mann, der zu werden, ihr als Junge versprochen habt, während er nicht diese Geschichten über eure Hinterlist. Ach Ivan, immer der Greif. Meine Tochter scheint euch bereits zu mögen. Wie rasch ihr die Herzen meiner treuen Untertanen raubt. Fahren wir fort, Herzog. Ich mag erpicht darauf sein, eine Hochzeit zu planen, doch ist es vordringlich, diesen Krieg zu beenden. Beugt ein Knie, schwört mit Treue und lasst Frieden einkehren. Ich verbeuge mich vor euch. Wenn ich euch begrabe und Erde in euer offenes Grab werfe. Verrat. Die Prinzessin ist ermordet worden. Ivan, Ivan, hat mein ältestes Kind getötet. Das waren Shames Worte, als er vom Ort des Treffens floh und das Blut seiner Tochter an meinen Händen zurückließ. Wie fies ist das denn bitte? Ivan, der Ehrgeizige. Der Imperator, der die Welt nach dem Bild seiner Gelüste formen will. Dunkelelf, ihr wollt keinen Krieg mit dem Heiligen Imperium. Diese Infamie wird nicht ungestraft bleiben. Noch heute begegnet ihr euren Drachen. Malassin ist dieser Tage zu beschäftigt für meine Seele. Ihr müsst noch viel lernen, Imperator. In jeder Niederlage steckt ein Sieg. Ihr werdet die Weisheit von Eribos Klingen schon bald verstehen. Ja, aber nicht gegen so eine Armee. Du bist gerade mal level 14, Freundchen. Ich würde an deiner Stelle nicht so eine große Klappe haben. Was haben wir denn für Zauber? Reinigendes Licht ist Blödsinn. Gift Sprüher ist auch nicht so doll. Ich bin nicht auf erdmagiges Geld. Gut, dann bleiben wir eben beim ganz normalen Kämpfen. Sind diese schon mal los? Kommen alle nicht allzu weit? Du versteckst dich hier hinter. Und darfst noch einmal. Du wartest aber noch. Umhang des Todes. Gegenwehr gegen sein Gerät ist natürlich auch geil. Ja, kommt ruhig näher. Meine Engel werden euch zeigen, wo der Hammer hängt. Ihr Arm. Geh mal bitte auf diejenigen, die vergiften können. Sehr gut. Darfst noch mal. Wunderbar. Kaum noch welche übrig. Jetzt machen wir erst mal die da weg. Du Hals, bitte. Perfekt. Die sind wir los. Und auch die Mino tauchen. Ah. Ha, 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 ha. Ja gut. Wir lassen es über uns ergehen, dass sie natürlich die Gegenwehr zuerst machen. Damit haben wir auch nicht ganz alle getötet. Dürfen wir noch mal den Heldenangriff machen? Nein, dürfen wir nicht. Grauenhafte Vision. Und das war's. Schöne Sache. Abwehr und Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Ich war ein Narr. Einmal ein Feind, immer ein Feind. Seamus hat seine eigene Tochter geopfert, um einen Schatten auf meinen Thronanspruch zu werfen. Ich hätte es wissen müssen. Es geht nicht um Vertrauen. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Es war eine Gelegenheit, das Blutvergießen zu beenden. Blut ist alles, was wir kennen. Halb Aschan wird bald denken, ich hätte Nollwyn ermordet. Schließlich liegt die Tod in meinem Zelt. Meine engsten Berater sind ein Erzengel und eine Nekromantin. Und wir können einen Körper, der noch warm ist, nicht mit Leben erfüllen? Ivan, wir finden Ihre Seele nicht. Sie ist bereits gegangen. Alles ging so schnell. Ich finde keine Spur von Ihrer Seele. Murazel hat alles versucht. Was bedeutet das? Wie konnte es dazu kommen? Jorgen, ihr seid mein Meister der Geheimnisse. Wie konnte Seamus eine solche Falle stellen, ohne dass wir die geringste Ahnung von seinen Absichten hatten? Seamus Ängste verbündete, sogar Wilhelm. Alle glaubten, er werde vor euch knien. Unsere Spione konnten nicht wissen, was geschehen würde, weil niemand es wusste. Irgendjemand muss es gewusst haben. Ich habe nicht gegen Geister gekämpft. Für mich sahen sie wie dunkelelfische Assassinen aus. Das ist nicht einfach so passiert. Ihr wurdet von Erebos Klingen angegriffen. Ich bezweifle, dass Seamus sie aufgesucht hat. Die Klingen werden ihm und nur ihm seine Dienste angeboten haben. Und es war ein Angebot, das Seamus nicht ablehnen konnte. Ein Mann, der seine Tochter für einen Thron opfert, ist als Herrscher ungeeignet. Trefft Vorbereitungen. Wir müssen ein Imperium aufbauen und ein letztes Herzogtum erobern. Das müssen wir. Und dafür müssen wir dort in den Untergrund und dort in den Untergrund. Und dort in den Untergrund. Natürlich. Ivan, ich bedauere euren Verlust. Nolven wäre eine prächtige Braut für euch gewesen, aber... Tarnis, es wäre eine Ehe der Vernunft gewesen, nicht des Herzens. Eine Gelegenheit, Frieden einkehren zu lassen. Doch nun trauere ich wirklich um diese arme Frau vom eigenen Vater verraten. Ich denke, ich habe herausgefunden, warum ihre Seele verschwunden ist. Ich glaube, Erebus Kling haben sie gestohlen. Gestohlen? Ihre Seele? Das hat es schon gegeben. Engel und Gesichtslose haben in den Kriegen der Älteren solche Objekte hergestellt. Ja, der Saal der Erinnerungen. Ich erinnere mich an die Geschichten des Erzengels Michael. Aber dieses Artefakt müsste doch längst tief unter der Erde sein. Ich habe Gründe, es näher zu wähnen. Einerseits werden die Klingen in Schussweite bleiben, bis Seamus zum Imperator gekrönt wurde. Der zweite Grund ist der massive Illusionszauber, den ich entdeckt habe. Ah, wunderschön. Es gibt jede Menge neue Aufträge. Oh, ich glaube, diese Mission wird nicht so schnell vorbeigehen. Herz und Seele findet Norwend Seele. Stierkampf erobert Ronans Tor und besiegt Amilkar Stier. Hirschjagd besiegt die Hirschtruppen in dem Gebiet. Und die letzten Stücke müssen wir noch finden. Drei Stück an der Zahl fehlen noch. Familienangelegenheiten. Verliert Anastasia nicht. Anastasia? Anastasia? Ach so! Nee, du bist Kira. Wo soll denn... Donovan? Aber Donovan ist jetzt auch grün. Oh, nein! Ivan Anastasia, Tatsache. Trivial kämpft. Nein! Die sind jetzt zu Feinden geworden! Nicht ernsthaft. Und er steht kurz vor meiner Festung. Das ist nicht euer... Ernst. Schnell zu ihm hin. Verdammt! Das hätte man vorher wissen müssen. Anastasia, was machst du hier? 1.000 Gold. Schön, dass sie wenigstens schon Level 20 hat. Wo führt uns das hin? Ah, und hier ist Selana Altar. Hm, die kommen kostenlos mit. Das ist gut. Du nimmst die mal mit. Dann haben wir sie wenigstens schon. Und jetzt können wir den Selana... Das Selana-Siegel brechen. Ja, das war jetzt klar. Ist nicht euer Ernst. Also ich weiß nicht, ob die stationäre Garde das aushält. Aber ich werde ihn auf jeden Fall wieder zurück... ...erobern. Wir werden ihn besiegen. In jedem Fall. Wo will er denn jetzt hin? Ich mache ihn jetzt mal fertig. Komischerweise ist er nicht auf die Festung gegangen. Wollte er zu Anastasia? Wusste er, dass er da einfach eueres Spiel hat? Mir soll es egal sein. Auf die beiden. Das tat jetzt nicht besonders weh. Wir können selber nochmal angreifen. Sehr gut. Vielleicht noch einmal. Du gehst schon mal nach vorne. Perfekt. Was ist denn hier los? Die können alle ziemlich gut auf den Engel schießen. Das missfällt mir. Wann ist er dran? Nach meinen. Ja gut. Das kirche ich es einfach mal. Ihr dürft nochmal. Den geht auch mal drauf. Sehr gut. Das ist alles zu verkraften. Ist alles nicht schlimm. Die hier können nichts mehr ausrichten. Dann gehen wir mal auf die. Da kommt die Justikarin und macht einmal zack. Schon ist er weg. Und das war's. Ich lasse mich eben ungern veralbern. So. Damit holen wir uns die zweite Festung. Ach nee. Das ist nur eine Zwischenfestung. Da ist die richtige Festung. Die müssen wir haben. Und wir kommen damit durch das Portal. Wohin? Ah. Da unten wieder raus. Bei der Festung. Na dann greifen wir doch erst die an. Und Anastasia. Du kannst. Ja. Rumstehen. Oder alles einsammeln. Was hier noch so rumliegt. Der wird noch eine Weile durch die Gegend rennen. Während wir nach und nach seine ganzen Festungen erobern. Du kannst immer die Leute holen. Und das ist die Idee. Auf geht's. Und vielleicht können wir dann hier eine Magiergilde errichten. Die dann auch diese sofortige Verstärkung hat. Imperatorin Maeve. Letzter Herrscher des Falkengeschlechts. Ihr Tod war der Beginn eines Bürgerkrieges. Ich habe mich oft gefragt, ob sie meinen Plan gebilligt hätte, ihren leeren Thron zu besetzen. Sie wird als schwache Herrscherin in Aschans Analen eingehen. Doch ich kannte sie besser. Sie war so stark wie alle Frauen, die ich kenne. Es war das Falkenimperium, das unter ihren Füßen alt und baufällig geworden war. Manche sterben zu jung. Andere weigern sich zu sterben, bis jemand kommt und ihnen das Leben entreißt. So wie wir jetzt. Sehr schön. Das war einfach... Gleich wieder aufbauen, bitte. Und Falken, denk mal. Dieses prächtige Monument wurde zum Gedenken an Imperatorin Maeve Falke und ihre Kinder errichtet, die im Zuge der letzten Blutmondfinsternis von Dämonen ermordet wurden. Okay, nichts Besonderes. Dann gehen wir weiter. Oh, wir holen uns alles. Da ist ein Krämer. Für Artefakte brauche ich nicht. Aber bald haben wir dann den Meteor-Krater. Jetzt haben wir schon mal noch einen Meteor-Krater. Juhu. Und hier können wir immer noch Leute rekrutieren. Mittlerweile 31 Nymphen, 38 Triaden und 18 Jäger. Die können ja alle Anastasia mitnehmen. Was ich in der anderen Festung nicht errichten möchte, ist ein Stadtportal, damit wir dann hier die Leute holen können und mit dem Stadtportal immer rankommen wieder an die Stadt hier unten. Dann müssen wir nämlich mit ihr immer bloß von da bis irgendwo hinlaufen. Ich weiß ja nicht, wie weit das geht. Es gibt ziemlich viele Untergrundportale. Insofern werden wir also auch von unten noch Probleme bekommen und ich glaube, ich werde als erstes hier unten hingehen, damit die sich hier oben auskiesen können und wir unten ein bisschen was aufräumen. Oder erobern wir erst alles oben? Das ist, glaube ich, besser, ne? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das bleibt mal bitte alles hier. Sehr gut. Und dann ziehen wir los. Immer schön dem Ivan hinterher. Ja. All right. All right. Okay. Vielen Dank.